Herzlich Willkommen, hier ist dieser Paul mit dem Thema MakeHuman. MakeHuman ist ein freies, innovatives Open-Source-Tool für die Erzeugung von menschlichen 3D-Modellen, gedacht für Animationen, Spiele und so weiter. Das Programm wurde in Python geschrieben und steht unter der AGPL3-Lizenz. Auf MakeHuman.org findet man alle notwendigen Informationen, Dokumentationen, Tutorials, Links, auch ein Forum und eine Galerie und vieles mehr. Unter Download stehen diverse Paketdateien für mehrere Systeme bereit. So zum Beispiel hier das Debian-Paket für mein Linux-Mint-System. Einfach draufklicken, dann öffnen mit Paketmanager, OK und dann den Anweisungen folgen. Nach der Installation findet man das Tool in der Kategorie Grafik. Hier MakeHuman 1.0.0 einfach draufklicken, dann wird das Programm gestartet. Mittels Befehl MakeHuman kann man das Programm ebenfalls in der Kommandozeile starten. Die mit MakeHuman erstellten Modelle stehen unter der freien Creative Commons Zero-Lizenz. Mit der Export-Funktion und zwar zu finden unter Files und Export können die Modelle in verschiedene Formate exportiert werden. So zum Beispiel auch hier ein Format für Blender. So kann man dann das Modell in Blender nutzen. Das war User Powerful Open Screencast. Ciao und viel Glück!